Schönen guten Morgen, es ist der 31. Januar. Kaum vorstellbar, dass es schon ein Monat her ist, dass wir Silvester gefeiert haben. Die Zeit rast und ich bin mittlerweile mitten in der Fastnachtskampagne, übrigens auch heute am Dienstag. Jetzt geht es erst gleich für mich nach Wiesbaden. Dort habe ich eine Sitzung der Ausschuss für Digitalisierung des hessischen Landkreistags, also der hessischen Landkreise. Nachher treffe ich gemeinsam mit anderen Vertretern unserer Region die hessische Wissenschaftsministerin Angela Dorn. In dem Gespräch geht es um die Entwicklung der Anlage rund um das Kloster Lorsch und das Kloster Lorsch. Heute Abend bin ich dann bei der Aufzeichnung der Frauenfastnacht des hessischen Rundfunks. Warum bin ich bei dieser Aufzeichnung? Weil die Sitzungspräsidentin aus unserem Kreis kommt. Das Besondere ist, daran teilnehmen darf nur, wer Frau ist oder so aussieht. Welche Variante für mich gilt, brauche ich Ihnen, glaube ich, nichts zu sagen. Mehr gibt es dann alsbald. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.